Herzlich Willkommen im Newsroom von Achenoa TV. Liegt Ihnen die Bildung und Entwicklung Ihres Kindes genauso am Herzen wie uns? Heute möchten wir Ihnen die Schwerpunkte und Besonderheiten des Achenoa Kindergartens und der Meflau Schule kurz präsentieren. Wir zeigen Ihnen Szenen aus unserem Alltag, das tägliche Lernen, das soziale Miteinander, gemeinsames Feiern und das spielerische Vermitteln von Sprache und Werten. Sehen Sie jetzt, wie wir uns individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Familie einstellen. Geborgenheit und Sicherheit sind grundlegende Elemente für eine positive frühkindliche Entwicklung. Die persönliche Vermittlung der Liebe Gottes dem Kind gegenüber steht dabei im Vordergrund. Während der Kernzeiten stehen unseren Kleinsten stets drei Betreuer zur Verfügung, um bestmöglich auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und sie spielerisch entsprechend zu fördern. In unseren Familiengruppen erwartet die Kinder ein fröhliches Miteinander unterschiedlicher Altersgruppen. So profitieren die Jüngeren vom Vorbild der Älteren und festigen ihr Wissen und ihre Fertigkeiten spielerisch. Die Gruppen stellen sich mit vielfältigen Spielbereichen auf die unterschiedlichen Interessen der Kinder ein und bieten unzählige Aktivitäten zur Förderung in allen Bildungsbereichen und der christlich-biblisch fundierten Erziehung an. Dies geschieht durch Mitarbeiter, welche diese Werte auch persönlich schätzen und leben. Kreativität, Musik, Rollenspiele, feinmotorische Übungen und vieles mehr findet hier Platz. Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, stehen ein hauseigener Außenspielbereich und eine große Halle zur Verfügung. Das spezielle pädagogische Konzept des Kindergartens Arche Noah ist auf den österreichischen Bildungsrahmenplan aufgebaut und bereitet ihr Kind bestmöglich auf die Schule vor. Darauf aufbauend ist die Mayflower Christian Academy eine logisch konsequente Weiterführung dieses einzigartigen Konzeptes. Wir beginnen den Tag gemeinsam mit Liedern und einer biblischen Andacht. Die Bibel ist eines unserer Lehrbücher. Sie vermittelt uns Gottes Gedanken, seine Liebe, Prinzipien und ein nachhaltiges Wertesystem. Verflochten mit dem österreichischen Lehrplan bildet dies die Grundlage unserer Arbeit. Die zwei Hauptsäulen der Mayflower Christian Academy sind die akademische und die christlich-soziale Ausbildung. Wir unterstützen ihr Kind, sich zu einer eigenständigen und gefestigten Persönlichkeit zu entwickeln, die ihrer Gesellschaft mit Leidenschaft und Freude dient. Besondere Lehrmethoden unterstützen den Schüler bei diesem Entwicklungsprozess, um auch zukünftige Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Dies hat zur Folge, dass das Bildungsniveau unserer Schüler aus unterschiedlichen Nationen mit den Abschlussnoten weit über dem Durchschnitt liegt. In unserem Haus finden Sie zwei Hortgruppen. Eine davon ist für die Kinder aus den umliegenden Schulen reserviert. Damit Sie Ihr Kind auch am Schulweg in Sicherheit wissen, bieten wir von dort einen Abholdienst an. Am Nachmittag werden die Kinder bei ihrer Hausübung von unseren Betreuern unterstützt. Nachdem die Aufgaben erledigt sind, werden gruppenübergreifend diverse Aktivitäten angeboten. Ob Ihr Kind an freien oder angeleiteten Angeboten teilnehmen möchte, liegt ganz bei Ihnen. Das sind Einblicke in unseren Alltag. Man sieht, dass sich die Kinder hier sichtlich wohlfühlen und eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit genießen. Ja, die Eltern freuen sich über flexible Öffnungszeiten, gezielte Sprachförderung in Deutsch und Englisch und jede Menge Kurse und Zusatzangebote. Das Motto unseres Hauses haben wir aus der Bibel entnommen. Es lautet, lehre Dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Darin sehen wir unseren Beitrag zur Entwicklung und Bildung Ihrer Kinder. Wäre das auch etwas für Ihr Kind? Wir freuen uns auf Ihr Mail oder Ihren Anruf zur Terminvereinbarung. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.